Unsere Welt verändert sich. Neue Technologien folgen einander in rasender Geschwindigkeit. Alles wird schneller, kleiner, effizienter und nachhaltiger. Die Folge sind fundamentale Veränderungen, zum Beispiel in der Gesundheitssorge, der Bildung, der Mobilität, der Wohn- und Arbeitsumgebung. Das Bedürfnis nach Komfort, Kontrolle und Konnektivität wird eine noch größere Rolle spielen. Das Schlüsselwort der Zukunft ist verbinden. Atema entwickelt und liefert Lösungen, die der Markt heute und in Zukunft fordert. Innovative Ideen für eine Welt im Wandel. Atema versteht, dass intelligente und nachhaltige Lösungen die Zukunft gestalten. Indem Atema auf den Markt hört, weiß man dort, welche Lösungen für die Infrastruktur von morgen gebraucht werden. Ein motiviertes Team von Denkern und Machern entwickelt und produziert innovative Produkte für Märkte, die sich schnell verändern. Intelligente und nachhaltige Lösungen für weniger Arbeit und mehr Effizienz. Einfach, zuverlässig und mit Respekt vor der Umwelt. Die Zeitspanne zwischen Idee und Produkt ist kurz. Funktionelle Prozesse in unseren eigenen Produktionsanlagen tragen zu maximaler Effizienz bei und nicht nur in Bezug auf Geschwindigkeit. Wir erreichen optimale Qualität und Nachhaltigkeit, indem wir auch ständig in Bezug auf das Produktionsniveau innovieren. Indem wir unseren Mitarbeitern einen Freiraum lassen, um sich zu entwickeln. Indem wir unsere Techniken innovieren. Indem wir immer sorgfältiger mit Energiequellen und Rohstoffen umgehen. Indem wir Komponenten noch intelligenter zusammenstellen. Und indem wir logistische Systeme weiter optimieren. Kurz gesagt, indem wir ständig innovieren. Der Installationsmarkt befindet sich in einer Stromschnelle. Neue Technologien erfordern eine intelligente Infrastruktur. Zuverlässige technische Installationen, die einfach an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen sind. Atema stellt sich schlagfertig auf diese Entwicklungen mit praxisorientierten Innovationen ein. Bewährte Produkte von Atema werden ständig weiterentwickelt und bekommen so einen höheren Mehrwert. Vorfertigung ist das Schlüsselwort der Zukunft. Einer Zukunft, in der Fachkräfte seltener werden und die Effizienz höchste Priorität bekommt. Schon jetzt liefert Atema ein innovatives Sortiment an vollkommen steckbaren Lösungen, die perfekt auf alle gängigen Installationsmaterialien abgestimmt sind. Entwicklungen hin zu weiterer Vorfertigung sind in vollem Gang. Schnelle und zugängliche Datenströme werden Grundbedürfnisse. Netzwerke, die enorme Datenmengen transportieren und bis in die äußersten Winkel reichen, bis hin zur letzten Steckdose. Atema denkt schon seit Beginn dieser Entwicklung mit nach. Über intelligente Lösungen, die das arbeitsintensive Ausrollen von Breitband vereinfachen können. Und über neue Produkte, die das Netzwerk im Haus unterstützen. Und mit Erfolg. Schon jetzt sorgen unsere innovativen Produkte dafür, dass die Anlage von Glasfaser effizienter und schneller verläuft. Innerhalb des Betriebs sorgt die Produktgruppe Special Products für Entwicklung und Realisierung von Produkten nach Maß. Wir setzen unser breit gefächertes Wissen über den Installations- und Infrastrukturmarkt ein, um spezifische Probleme zu lösen. Wir übersetzen Wünsche und Ideen. Wir verbessern existierende oder erfinden neue Produkte. Und jeden Schritt, von der Idee bis zur Realisierung, machen wir zusammen mit unserem Auftraggeber. Reine Maßarbeit auf dem Gebiet von Marketing, Engineering, Produktion, Prüfung und Entsorgung. Eine Welt im Wandel erfordert innovative Ideen. Innovationen entstehen aus der Einsicht in existierende Prozesse und Produkte. Sie bekommen Form durch Leidenschaft, Geschick und Zusammenarbeit. Sie werden realisiert von Atema.